Ja, ja, ich bin in 20 Minuten da. Moment. Legen Sie mir die Unterlagen doch einfach schon mal in zweifacher Ausführung auf den Schreibtisch, dann kann ich da schon reingucken. Ja, das ist nett. Ja. Fertig. Super, Schatz, noch eine Sekunde. Aha, genau. So machen wir das. Ja, ich bin auf jeden Fall pünktlich, versprochen. Okay, ciao. Wir können los, Schatz. Ich hab aber noch gar nichts zu essen dabei. Essen? Ja, klar. Mach ich dir halt noch schnell ein Brot für den Kindergarten. Tullfisch magst du doch, oder? Und noch was zu trinken und was Gesundes. Okay, Schatz, jetzt los. Kommt, hopp, hopp, hopp.